Als Kind wollte ich etwas erschaffen, was die Welt schöner und besser machen würde. Später spürte ich, dass diese Schönheit gar nicht neu erschaffen werden muss, da sie tief in uns bereits vorhanden ist und nur für die anderen sichtbar bzw. hörbar gemacht werden müssen. Ich wurde Komponist. Wenn wir Musik in unser Leben lassen, wird unsere schnelllebige Welt entschleunigt und wir bekommen die Gelegenheit, das wirklich Wichtige zu berühren, die Zeitlosigkeit und das beständige Absatz der materiellen Welt. Mein Name ist Boris Kusak und ich lade Sie auf eine spannende Reise ins Reich meiner Musik ein.